Hallo Freunde, ich bin's der Olli, Peace, der Jan hat mir einen Auftrag gegeben, ich soll mich vorstellen und was ich so mache und wer ich so bin. Also ich bin der Olli, ich koche professionell, ich bin Profikoch quasi, ich hab das gelernt und ich will mit euch Rezepte kochen, die gar nicht so schwierig sind, wie sie klingen oder wie sie einen ersten Eindruck hat. Ich werde mit euch tolle Dinge erleben, kulinarisch gesehen. Wir werden Dinge kochen, die du so normalerweise nur im Spitzenlokal bekommst. Richtig lecker, richtig gut. Und ich zeig euch, wie das einfach zu machen ist. Und ich sag mal so, kochen ist nicht schwer. Wichtig ist, in der Ruhe liegt die Kraft. Das hat auch schon immer meine Oma gesagt. Und außerdem ist wichtig, ganz, ganz viel Liebe. Ich werde schauen, dass wir miteinander einmal in der Woche ein leckeres Video und Rezept kochen. Und ich freue mich auf euch. Lasst mir schon mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr euch auch drauf freut. Schreibt runter in die Kommentare, wenn ihr euch bestimmte Sachen interessieren, was ihr gerne mit mir kochen wollt oder wo ihr Tipps und Hilfe braucht. Und ansonsten lasst mir ein Abo da. Ich freue mich drauf. Der Olli ist jetzt raus. Peace and out. Macht es gut. Wir sehen uns.